Norddeutscher Rundfunk 2021 Mann, kannst du ja nicht ganz normal wie andere Leute auch einfach mal mit dem Auto kommen? Pass doch auf, wie lang geht's denn? Och ey! Boah, so peinlich! Gott, oh Gott, oh Gott! Hört ja die Scheiße an, ne? Hans Saupay Das T steht für Coach Sonntag, 17. November, 18.15 Uhr auf Tele 5